In den USA sind in den vergangenen Tagen bei extremer Kälte und starkem Schneefall mindestens 50 Menschen gestorben. Allein im Bezirk Arie County im Bundesstaat New York kamen 27 Menschen ums Leben, wie Mark Polonkarts, der Verantwortliche des Bezirks, am Montag auf Twitter mitteilt. Landesweit sei in dem Zusammenhang mit dem arktischen Wintersturm Elliot mehr als 51 Menschen gestorben, berichtet der Sender ABC. Laut dem Sender NBC starben 56 Menschen. Mein Herz ist bei denjenigen, die an diesem Feiertagswochenende geliebte Menschen verloren haben, schreibt Präsident Joe Biden auf Twitter. Katie Hochul, die Gouverneurin des stark betroffenen Bundesstaates New York, spricht von einem historischen Schneesturm und warnt vor weiteren Schneefällen in der Stadt Buffalo, wo bereits Dutzende Menschen gestorben sind. Der Sturm lässt nach, aber wir sind noch nicht über dem Berg, schreibt sie auf Twitter. Sie rief die Menschen auf, kein Risiko einzugehen und zu Hause zu bleiben. Elliot hatte großen Teilen der USA am Weihnachtswochenende meterhohen Schnee, Temperaturen im zweistelligen Minusbereich und orkanartigen Wind gebracht. Besonders betroffen war die Region rund um die großen Seen im Nordosten der USA und an der Grenze zu Kanada. Hunderttausende Haushalte waren von Stromausfällen betroffen. Die arktische Kaltfront brachte zudem die Weihnachtspläne vieler Reisender durcheinander. Von Freitag bis Sonntag wurden nach Angaben der Flugdaten-Website FlightAware mehr als 10.000 Flüge gestrichen.